Sobald Sie Ihre Suche gestartet haben, indem Sie in der Menüleiste den Suchbegriff eingegeben und auf die Enter-Taste gedrückt haben, sehen Sie im Suchedialog in dem Suchfeld hier rechts ein Fragezeichen. Mit Klick darauf öffnet sich der Hilfe zur Suchedialog. Hier gibt es wertvolle Tipps zur allgemeinen Suche, wie die genaue Suche oder und nicht ausschließende Suche und so weiter. Sie lernen auch, wie Sie Platzhalter einsetzen können, wie Sie nach Inhalten in Makros suchen oder unter Sonstige gibt es noch einige weitere Suchoptionen. Vielen Dank.